Ich glaube, ihr kennt das Problem auch, wenn ihr mal in der Stadt oder so unterwegs seid und euer Handy-Akku geht einfach leer und das ist halt einfach nervig, wenn man dann auch keine Steckdose in der Nähe hat und das Problem nervt uns auch und deswegen haben wir uns eine Lösung dafür überlegt und unsere Lösung dafür ist die Powerbox. So, es ist ja mittlerweile so, Smartphones sind Bestandteil unseres Lebens und man stellt sich jetzt vor, man ist irgendwie in der Stadt und sucht jetzt irgendeine Location, Restaurant, was auch immer und dann ist das Handy leer oder so und man hat keine Powerbank dabei, aber ist aufs Handy angewiesen und dann ist genau das da dieser, wie auch immer man ihn bezeichnen will, Kasten, Powerbox, da, die eine ziemlich revolutionäre Neuheit ist, da es sowas ziemlich selten gibt und wenn auch oft sehr versteckt. Das Ganze ist halt ein Schließfach zum Laden von jeglichen USB-Geräten. Das Ganze zeichnet sich dadurch aus, dass die Geräte möglichst schnell immer geladen werden. Noch ein paar technische Besonderheiten sind zum Beispiel, das System lässt sich ziemlich einfach erweitern. Wir haben es versucht, möglichst modular zu gestalten und das Ganze ist halt so, dass wir die, das Ganze lässt sich halt über eine App vorreservieren und das Ganze haben wir halt mit einem ziemlich guten Verschlüsselungssystem verschlüsselt und das System benötigt so wenig Energie, dass es halt theoretisch sogar mit einer Photovoltaikzelle sich betreiben könnte. Oder einer Solarzelle. So, ich war für die Benutzeroberfläche und die Verbindung zum Server zuständig und zeige euch jetzt kurz die Benutzeroberfläche. Als User wird man dann sich einloggen. Wir haben jetzt schon einen Account für die Präsentation erstellt. und dann kommt man auf eine Seite, wo dir alle Powerboxen in deiner Nähe angezeigt werden. Wir haben jetzt natürlich nur eine, die Powerbox Köln-Riel. Und dann kann man entweder als erstes sich auf Google Maps die Location anzeigen lassen, damit man zum Beispiel dort dahin laufen kann, falls man nicht weiß, wo die ist. Oder man kann die sich reservieren lassen. Okay, man sieht, die Box wurde für 15 Minuten reserviert und man bekommt einen Code, mit dem man die Powerbox aufschließen kann. Und das Ganze gilt halt auch nur für 15 Minuten. Also, Sie müssen sich vorstellen, Sie haben diese Box gerade reserviert und kommen dann an und sehen dieses rote Licht. Das bedeutet noch, dass die Box verschlossen ist. Und jetzt hat man aber hier ein Eingabefeld mit Zahlen. Und da kann man den Code eingeben. Ja, jedenfalls, da kann man den Code eingeben, den man dann bekommen hat. Das mache ich da mal kurz. Drei, vier, acht, zwei. Und dann sieht man schon, dass die Farbe sich hier auf grün gewechselt hat und dass sich die Box aufgeschlossen hat. Und dann kann man sein Handy dort reinlegen, auch anschließen, sodass es halt geladen wird und macht die Box dann danach wieder zu. Und die wird dann durch ein elektronisches Schloss verriegelt. So, und dann wird die Box wieder rot und man kann sicher irgendwo anders in der Zeit hingehen und weiß, dass da sicher sein Handy drin ist. Ganz kurz, um das technisch mal, ich sag jetzt mal, für Laien zu vereinfachen. Also wir haben als Hauptrechenzentrale quasi ein Raspberry Pi, an dem ist einmal dieses Nummernpad angeschlossen und der ist quasi mit dem Server, wo die Webseite auch drauf läuft, wo man die Box reservieren kann, halt verbunden. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Box reservieren, bekommt der Raspberry Pi halt quasi das Signal und den Code zugeschickt. Der Code wird halt regeneriert. Und dann, wenn sobald der richtige Code beim Raspberry Pi eingegeben wird, schickt der Raspberry Pi Signal in den Arduino, der unten drunter im doppelten Boden quasi ist. Darum haben wir die Box auch durchsichtig gemacht, dass man sich das mal anschauen kann. Oh, okay. Und dann schaltet der Arduino halt die rote LED aus und die grüne an und gleichzeitig haben wir noch unten einen Stepper, also Quatsch, einen Servomotor. Der kann sich grad genau bewegen und wir haben halt zwei Locations quasi festgemacht. Also einmal eine Schließlocation, einmal eine Öffnungslocation. Das heißt, wir sagen dem, wenn der Code richtig eingegeben wurde, beim ersten Mal soll er in die Öffnungslocation gehen. Dann kann man halt die Tür aufmachen und wenn Sie dann nochmal den Code eingeben, dann geht er halt in die Schließlocation und dann ist es halt wieder abgeschlossen und dann geht die rote LED wieder an. Ja. Und wir sind vielleicht nicht die Ersten, die an so ein System gedacht haben, aber wir sind der Ansicht, dass so ein System auf jeden Fall auch wegen der Kosten, wegen den geringen Kosten für so ein System sehr breit organisiert werden könnte und auf jeden Fall viel Potenzial in der Zukunft hat, weshalb wir uns auch entschieden haben, einen kleinen Prototypen an diesem Wochenende umzusetzen. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Nehmt die schöne Box wieder mit. Ja, vielen Dank. Vielen Dank.